Und hallöschön liebe Freunde, hier ist wieder euer Fuchsi. Ja, mit einer etwas, wie soll ich sagen, traurige Schlager-Nachricht. Denn Jürgen Trefs hat vor einigen Wochen, Tagen, eher gesagt, seine Karriere beendet. Also, er will seine Karriere beenden bis zum Herbst im Schlager-Boom-Werder, wo seine letzten Auftritte machen. Ob er noch CDs produziert, war so nicht ganz ersinnlich, aber er wird seine Karriere beenden. Und da will ich doch gerne mal wissen, kennt ihr eigentlich Jürgen Trefs? Sagt uns, ja, kenne ich oder so. Auch die Nicht-Schlager-Fans, es gibt so ein Gerücht, 98% der Leute sollen Jürgen Trefs mal den Namen zumindest gehört haben. Aber ich halte das eher für ein Gerücht, zumindest in Deutschland. Aber ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es kennt. Und ich frage doch einfach mal, Akinator, kennt der auch Jürgen Trefs? Und das will ich einfach so einen kleinen Gag daraus machen nochmal hier. Extra für ihn zu ehren. Wie ihr auch seht, das Spiel, falls ihr das noch nicht kennt oder so, das gibt es auch im App Store oder im Google Play. Alles kostenlos verfügbar, deswegen ein bisschen Werbung da drin. Aber okay, es ist einfach ein kleines Spielchen zum Just for Fun. Und mal gucken, ob die Leute das alles so ein bisschen kennen oder so. Oder ich werde ihn auf jeden Fall mal testen, ob es irgendwie geht. Dann gehen wir doch einfach mal auf Spielen. Wir haben schon mal den einen oder anderen Akinator Sache gemacht. Und der fängt ja an. Und er fragt, also um welche Figur geht denn das? Also Figur oder Tier? Also ich gehe auf eine Figur. Es kommt natürlich darauf an, was weiß ich von Jürgen Trefs? Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja, er wohnt in Deutschland, aber auch auf Mallorca. Wie er das alles so wendet. Und er sagt ja auch, ich bin der König von Mallorca. Oder wieder alles im Griff. Wow, auf dem Dinken. Also, ja komm, wir machen mal ja. Trägt deine Figur weibliche Kleidung? Nup. Das trägt der nicht. Zumindest, das könnte ich auch machen. Ich weiß nicht, ich kenne ihn privat nicht. Aber ich gehe mal davon aus, ja. Hat deine Figur was mit Minecraft zu tun? Auch da muss ich natürlich sagen, ich kenne ihn privat nicht. Ich kenne ihn nur als Schlagersänger oder so. Macht deine Figur Videos über Videospiele? Nein. Das wüsste man schon. Das hätte er wohl präsentiert. Ist deine Figur durch das Internet berühmt geworden? Nein. Ist er nicht? Ist deine Figur berühmt? Ja. Auch das ist so eine Frage. Wie berühmt muss man sein, um berühmt zu sein? Solange man ihn kennt, ist man glaube ich schon wieder. Ist deine Figur Fußballwirt? Nein, auch nicht. Fußball nicht. Ist deine Figur älter als 40? Ja. Er ist dieses Jahr 77 Jahre geworden. Also ja, er darf auch gerne in Rente gehen. Ist deine Figur bereits verstorben? Nein. Der ist eigentlich noch fit. Hat deine Figur selbst Lieder geschrieben? Selbst Lieder geschrieben. Er sagt immer, er schreibt selbst Lieder. Ich werde das einfach mal bejahen. Ist deine Figur älter als 60 Jahre? Ja, ich sagte gerade, er ist 77. Ist deine Figur ein Bischof? No. Kämpft deine Figur mit einem Stab? Kämpft der Jürgen Dries privat? Ich sag das einfach mal. Nein. Ist deine Figur komiker? Nein. Mag deine Figur Nudeln? Was sind das für Fragen? Das ist bestimmt Nudeln. Er wird von irgendwas wohl essen. Also ich kann das natürlich nicht ganz... Ähm... Ich weiß nicht, mach ich. Ich weiß nicht. Ist deine Figur gerne Eis? Auch das weiß ich natürlich nicht. Studiert deine Figur? Nein. Ich sagte schon, er ist Schlagersänger. Hat deine Figur... ...einen langen Nachnamen? Dries. Nein. Hat er nicht. Ist deine Figur ähm... Ihre fiesen Sprüche und dumme... Fiese Sprüche hat er nicht. Es ist... Es ergibt sich schon komisch auf der Welt. Trägt deine Figur eine Brille? Zumindest in TV-Shows. Nein. Ähm... Trägt deine Figur einen Anzug? Es ist nicht Roland Kaiser. Also ähm... Eigentlich nein. Er trägt zwar mal einen Anzug, aber gewöhnlich... Nein. Ist deine Figur... Nein, er ist noch nicht gestorben. Hat deine Figur... ...Superstar teilgenommen? Nein, er hat da nicht mitgenommen. Hat deine Figur eine großen... Was? Ähm... Ich weiß nicht. Ehrlich gar nicht. Ich wusste ehrlich gar nicht, was das bedeutet. Er spielt eine Figur Rockmusik. Rock. Nein. Er macht keine Rock. Der eine oder andere kann man gerne mal das hören. Aber... Ich weiß nicht, wie er darauf jetzt gekommen ist. Er schreibt mir gleich ein Bildchen dahin. Und da seht ihr ihn. Jürgen Treff. Sänger. Der König von Mallorca. Ist es Jürgen Treff? Sagt er mir. Ihr seht ja hier auch überall die Werbung. Ist leider so. Ist einfach nur ein kleines Spiel. Aber ja. Es ist der Jürgen Treff. Ich habe ihn gesucht. Er hat ihn gefunden. Muss ich schon sagen. Ich finde es erstaunlich, dass es so gut tatsächlich geklappt hat. Und ich bin mir echt nicht so ganz so sicher, wie er jetzt darauf gekommen ist. Ob die Rockmusik die entscheidende Frage war. Kein Plan. Woher weißt du, wie alt Jürgen Treff ist? Gut. Ich hoffe, der eine oder andere hat es gefallen. Falls Jürgen Treffs, du dieses Video sehen solltest. Lass doch mal einen Daumen hoch da. Ihr dürft es natürlich auch gerne machen. Schreibt uns doch einen Gruß rein. Mr. Herr Treffs. Wir würden uns freuen. Und einfach mal zum Ehren an den König von Mallorca habe ich dieses Video gemacht. Ich hoffe, der eine oder andere hat es sogar auch gefallen, dass ich dieses Video mal gemacht habe. Einfach mal so ein bisschen was anderes. Und ja, bis dahin. Man sieht sich immer daran denken, wir sind nicht fix, sondern die Foxys. Und Game Over.